Ich weiß, ich darf jetzt alle jagen, die jetzt hier als Events umrennen. Ja, finde ich gut. Ich habe Lust auf Kämpfe. Ich mag Kämpfe. Da ist eins. Ha! Geist? Du bist gerade mit einer Person unterwegs. Geist? 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 Das ist das! Was ich sagen möchte, ist, ich stelle gerne Theorien über Spiele auf. Über den Blockfelder auch. Und wenn ich dann quasi was Neues erfahre und eine Theorie wird bestätigt, dann freue ich mich. Das ist das! Ich denke, wir haben genug gebraucht. Also, was sollen wir jetzt tun? Keine Worte. Ich zeige dir, wie zu Geräte und Beine machen. Und aus dem Schlafen schlafen. Ich bin wirklich in deinem Geheimnis, Saree. Lass uns aufhören. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Sie kann heilen, aber sie kann auch ziemlich größer reinhauen. Genau wie Sophie. Aus dem gleichen Spiel. Hey, wie weit ist es zu Lady Lake? Mal schauen. Ich erwarte ca. 2 oder 3 Tage. Wirklich? Ich hatte keine Ahnung, dass es so nah war. Aber die Wurde an der Basse der Mauten ist unglaublich leicht, dass sie verloren werden. Das muss die Kraft des Gramms Domain sein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe kein Problem mit einer neuen Nahkämpferin. Ich rüste Charaktere in meinem Team eh meistens auch Sympathie aus. Durch Charaktere, die sympathisch sind, werde ich meistens sowieso in die Hauptpartie stecken. Ich kann mal speichern. Ahm, wo ich in der Folge habe hier. Kampf gegen die Stachelschweine. Saree, deine Magdeknieke ist... ...eaklektisch. Welcher Schule sind Sie? Welcher Schule? Ja, ist ihr nicht ein Name, der Form das bedeutet? Dein Magdressor vielleicht? Hmm, ich denke, meine hätte sein, die Pricklebore-School. Pricklebore-School? Für mich war das Essen. Für die Pricklebore, war das Survival. Every day, ich und sie. Eine never-ending-Life-or-Death-Sruggle. Du bist wirklich ein Kind der Natur, nicht wahr? Aber es waren die Tage, die mich wie zu kämpfen. Es gibt keinen besseren Lehrer, keinen mehr genauer Taskmaster, als der humble Pricklebore-School. Das ist Pricklebore-School. Du hast es! Doch ich denke, ich würde sagen, Taskmaster. Ich muss weiter spielen. Saree? Oh, habe ich dich erwischt? Sorry about that. Du bist sicher in diesem Buch, nicht wahr? Ich habe es viele Male, seit meiner Kindheit gelesen. Ein Tag, ich will, die Ruhe in den ganzen Welt. Alle, die in den Celestiel-Rekord haben, sagt das. Und ich bin kein Exception. Ich bin kein Mensch. Ich bin kein Mensch. Ich bin kein Mensch. Ich bin kein Mensch. Aber es ist das, was die Zeit. Jetzt ist nicht die Zeit, für ein bisschen Jaunt rundherum. Chaos? Mysterious illnesses, incessant storms, people bursting into flames. There are those that say, even the dead have begun to walk the Earth again. Woah, hang on, what are you talking about? You don't believe me? Or you think this is a joke? No, I... The situation is beyond grave. Huh? The chaos has caused abnormal climate changes all over the world. As a result, we are on the verge of enduring widespread crop death, famine, and starvation. And worst of all, are the rumors of governments planning to replenish their dwindling resources through war. It mustn't come to that. Can nothing be done? Who knows? There's nothing to hang onto but legends. Which is why you... Never mind, I won't ask. I think I'm gonna just hit the hay here myself. Sleep well. Good morning. Good morning? You ready to get to work? We gotta make those rations and bags from the prickle boars we hunted yesterday. You got it. Haha, afraid it isn't exactly super fun though. Well, let me know when you're ready to start. So, what do you need me to do? You got it. 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 Oh, I'm pretty used to it. With your help I'll be able to leave tomorrow. Thanks so much. Yeah? Great. Well, better rest up for tomorrow. I'll let Gramps know. Du kannst sie doch nicht gehen lassen, sie ist mir sympathisch. mit Cleo gleich mit. Hey Gramps, sie sagt sie ist morgen weg. Ich verstehe. Wir werden alle sicher sein, sie zu sehen. Nach allem muss man immer für einen Gäste zu beantworten sein. Thanks! Piece of story. I really owe you. Thank you so much. You gonna be okay by yourself? I cannot cause more trouble for you than I already have. I see. You'll be fine. Just follow that map and you'll get through the forest with no problems. Oh, it's not that. I believe you. Alicia. Alicia. That's my name. Alicia Difta. Alicia? You didn't even know who I was and you helped me without asking anything in return. Whereas I thought only of myself, leaving you without even a name by which to call me, as a knight, I am ashamed. Please find it in your heart to forgive me. It's okay. I must confess something to you. Hm? I know this sounds strange, but I believe that the Seraphim really do exist. The myths and legends that are preserved in the celestial record must be more than mere fairy tales. Yeah. This crisis that has befallen our world. I believe only the ones spoken of in the ancient legends can truly restore order. The shepherd, you mean. You're not going to ridicule me? Everyone back in town does. Of course not. You're a real saint, you know that? The sacred blade festival is soon to commence in Lady Lake. A trial will be held based on the legend of the shepherd's sword. A trial I think you might be interested in. Really? Time to go. But please, give it some serious thought when you have the time. How come? The shepherd I see in my mind when I read the legends. I have to say, he reminds me a lot of you. What's this? Gramps asked me to go out and search the ruins and find some clues about that girl. I've been down there looking. So wait, this is Alicia's? This is the crest of Highland. I don't think this Alicia is any ordinary knight. I know this is difficult for you, but it really is for the best. Gramps? Hmm. Someone has infiltrated my domain. Blast and damnation! Hiding your presence, are you? Crafty bugger! Everyone! Be warned! There is an intruder in our realm! Find them! They've concealed their presence! So chances are good! It's a Hellion! Search with extreme caution! We'll go to. Very well. If it is a Hellion, quick measures must be taken. I'm counting on you. I have a hunch we'll find it around the forest. Good idea. Good idea. Themen des Spiels zu sein, denn die Seraphim sind unsichtbar, die Domäne ist unsichtbar, Leute können sich unsichtbar machen. Anwesenheiten verbergen und so, das scheint wohl schon ein sehr großes Ding zu sein. Kommt mir zumindest mal so vor. Vielleicht ist dem ja so. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich kenne das Spiel nicht. Es ist für mich blind. Wer ist da unten? Dass die Karte manchmal schon dumme Orte auswählt, ist richtig dumm. Aber Bayer könnte auch hier in der Ecke sein. Oh mein Gott. Holy. Holy fuckloni. Ein Horrorspiel schafft es mich nicht zu erschrecken, aber ein RPG, ein Fantasy RPG, ein JRPG schafft es instant. Mason! Ehhhhhh ... Impudent Brat. Ich kann mich den Angst ausfüllen, die dir auszuladen. Die Tendere Arme versuchen, die ihre Schäufe zu entdecken. Sirek! Mmmmm. Du bist nicht ein Fisch. Äh, Himmelssturm, alles klar. Geht los! Das kannst du das System durchtrucken von der rechten Maus, was da aus deinem Aller hat ein Vorglas auswählen lassen. Er scheint uns Feuer zu benutzen, deswegen... Wie viele Arz haben wir? Okay. Wir können jetzt schon den Himmelsstrom... Was macht der Himmelsstrom? Garantiert Wasserschaden. Ist Wasser. Ah, jetzt Verteidigung runter. Da war keine MP-Kosten, sprich wir können es oft einsetzen, wie wir wollen. Ah, auf Tab kann ich mir auch... Sehr gut auf Tab... Kann ich mir Informationen herholen. Das ist ja noch Kommentare, ne? Das ist cool. Das gefällt mir. Er hat ne Wasserschwäche und hat... ne sehr gute Arztverteidigung, aber... den können wir jetzt senken mit uns. Dem Lieder. Oh, er ist verteupt. Wunderbar. Und wie heißt das, wer will? Ich rede, warte? Ändrly noch nicht genug hatten? Gehen Sie! Mason! Er hat Mason. Ist das was Hellions zu können? bringt ihr mich noch mehr essen verschieden wir können die resten gramps das fachs war das wirklich ein hellium? sie können mit uns sprechen? ja das ist die Form eines Menschen der sich ein hellium korruptiert Menschen können hellium? jetzt es ist die Zeit du gehst nach Hause und rest wir sollten komm 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 los komm los Was auf der Erde kam es hier, um zu tun? Wie wunderschön. Ich habe nicht erwartet, dass ich nichts aber den Hauptkurs hier gefunden habe. Nicht, wenn der Hauptkurs hier rauskommt. Warte mal, war es nach... sie? Ich habe den Himmelsstrom erlernt. Dafür kann ich meine AP verwenden, okay. Cool. Äh, das Spiel möchte jetzt was von mir. Verlasse das Dorf und geh zum Unterland. Äh. Das Zahl ist um uns die Zahl zur letzten Speicherung. Glaube ich. Gucken wir mal nach. Ja. Sehr praktisch, denn dann weiß man immer... Oh, ich habe schon seit, sagen wir mal, 30 Minuten mich mal gespeichert. Ist jetzt keine schlaue Idee. Ähm. Ich mache jetzt für diesen Teil Lense. Für diesen... Für diese Session zumindestens. Äh, ich habe jetzt... Ich kriege da jetzt locker 6 Parts raus. Ne, weniger. Weniger. 5. Ja, ich kann nicht rechnen. Wenn mich hat eine Stunde halt... Nicht... 60 Minuten... Da ein bisschen weniger. Ich muss noch gucken, wie ich die Part länger mache. Geplant waren 20 Minuten, denn dann kriege ich ja... 20, selbst in 20 Minuten kriege ich nur 4. Weil ich nicht rechnen kann. Weil ich nicht rechnen kann. Für mich hat eine Stunde anscheinend 60 Minuten. Ne, 80. Ich sehe da eine Stunde 24, ähm... Beim Overlay und denke mir, ja, dann kriege ich halt... Ne Stunde, also 4 Parts. Ne Stunde hätte 4 Parts, würde ich 15 Minuten Parts machen, ja. Dann würde ich tatsächlich ein bisschen mehr was rauskriegen. Auf jeden Fall war das die erste Aufnahmesession von Tales of Systeria. Ja... Ich weiß sehr wahrscheinlich, dass ich... Hä, ich hab'n Handschuhe sogar an. Seh' ich grad. Coole Sache. Ich weiß für mich persönlich, dass ich wahrscheinlich schon morgen direkt die nächste machen werde. Ich werd' jetzt die erste Folge rendern und dabei... Die nächsten 8 Stunden verpennen. Auch wen ihr beim Schleichchen gesehen habt, wir haben es ja 16 Uhr. Aber ich bin hundemüde. Ne, ich mach' jetzt ein Nickerchen und das wird ne Weile dauern. Und wenn ihr diese Worte hört, sind wahrscheinlich schon 3, 4 Tage vergangen. Und ich hab' schon wieder neue Folgen auf dem Apparillo. Also, das war... Wahrscheinlich... Part 4? Oder Part 5? 4 oder 5? Von... Let's Play Tales of Systeria. Ich würde mich freuen, wenn euch die Parts gefallen haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch die weiteren Parts anseht. Ich würde mich freuen, wenn ich euch wieder begrüßen darf. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei uns zu hören. Und ich werde mich nietsen, wenn euch ein bisschen auf einmal mehr für den Én. Wenn euch die Parts von euch dazu um sie anticapfen hat,